Das ist ein Lakatur-Papalast, Papalast, schön dobre Kulturpalast. Wir müssen aber von da ran, ne? Fotos, Fotos! Ate, ate, ate! Was ist das? 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 der Lüppel Hallo? Hallo Können Sie bitte eine Erörterung der Kurzzusammenfassung bringen? Das ist ein altes Ort. hast du für mich im Zentrum? und das ist unangenehm, oder? es geht nicht das ist ein Fußballstadion Quatsch das sieht gut Wettbewerb aus ich bin Daniel das ist die Sigmund Säule ok woher weißt du das? weil ich habe einen Plan nein, du hast Google Maps nein, ich habe aber hier ja meine Sachen markiert und da ist so Sigmund Säule cool also eigentliche Altstadt passt das erst noch hinterher ja 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 Deswegen ist es erst ab hier, die Altstadt. Ist großartig, oder? Ja. Süß. Wir fahren da rumschütteln. Guck mal, da hängen pro Blecken die ich da finde. Katha wird gefallen. Kugel. Kugel? Ist das Illusionsmuseum? Danke. Eiler, Leider. Kugel. Kugel. Eiler, Kugel. Er ist laut, du bist laut. Ich mag heute nicht so hart, ich mag heute nicht so hart. Tschüss. Dann lass dir das Warschau zum Treck zu dieser Moosex rein, oder? Quatsch. Mach mal. Das Warschau zum Treck zu dieser Moosex rein. Na ja, der Pöbel hat draußen gewohnt, ne? Meistens. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Diese Winzigen sind schon ein bisschen niedlich, ne? Ja. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Ja. Du guck mal, er ist in der Mauer. Da sind das Mauertratzen. Der Pöbel. Der Pöbel. Der Pöbel. Einfach streichen. Das ist ein Rest, was ich mir gemerkt hatte. Was es anscheinend nicht aufhört. Popo Aua. Top. Das sieht auch schon seit 1958 verlassen auf. Gibt es Walglybier? Ja. Okay, 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 okay. Imposant. Und im Arschgeroll. Wie am Strand. Hallo. Bist du? Ja. Schauen die fährt auch gerne Taxi, Baba. Ja. 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 Das war gerade böse gesagt. Ja. Ja. Nein, hat sie nicht. Guck mal, das Stadion Warbad. Das Warbad? Ja, das Warbad. Das Warbad. Das Stadion Warbad. Ich weiß nicht, dass ich jetzt gut bin. Wir haben es auch. Ja. 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 Ich bin mal gespannt, was das Ding so im Dunkeln kann, ne? Sind du froh? Ja. Popopoponska! Noch nie im Dunkeln benutzt. Aber auf dem Delfall sieht das so krass aus. Dann nehmen. Das hat man nicht. Ich hab gern dran. Ja, ich glaub nicht. Das ist ein Scheiß, ne? Ich wollte nur so weit gehen, dass ich das haben darf. Excuse me. Ja, um 2023. Oh, das ist mal Weihnachten! Wenn man hier oben... Ja, Popopo! Ja, Popopo! Ja! Das ist ein Scheiß. Hello! Das Fenster! Das ist Madyjort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.